Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße alle bei Kachelmann Wetter an diesem Sonntag. Der Sonntag steht im Zeichen eines Übergangs beim Wetter, denn eine Kaltfront wird heute abziehen nach Südosten und dahinter setzt sich erstmal ein Hochdruckgebiet durch. Allerdings wird es schon ab der zweiten Wochenhälfte bzw. in der zweiten Wochenhälfte wahrscheinlich schon wieder deutlich unbeständiger, schwüler mit auch teilweise kräftigen Gewittern. Also man sieht schon, viel Bewegung ist im Wetter drin und war auch drin in den vergangenen 24 Stunden. Wenn wir uns mal die Niederschlagsmenge anschauen mit dieser Art Luftmassengrenze, wellendem Frontensystem, sind vor allem so in einem breiten Gürtel von Südwesten, teilweise aber auch in den Norden und bis in den Nordosten doch große Niederschlagsmengen zusammengekommen. Ordentlich Regen ist hier wieder runtergekommen. Hier war es ja gestern teilweise auch richtig verregnet. Und in der Nacht, man sieht gestern Abend in der Nacht auch so Niedersachsen, teilweise sogar bis in den Raum Hannover. Punktuell sogar mal über 50 Liter Regen pro Quadratmeter. Das gilt auch in so einem Streifen von Sachsen-Anhalt bis so nach Brandenburg und in den Berliner Raum rein. Also auch Berlin wieder ordentlich gegossen worden. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, das aktuelle Satellitenbild sehen, wie die Kaltfront jetzt allmählich abzieht. Das heißt, sie überquert jetzt noch in den nächsten Stunden bis zum Mittag so etwa den äußersten Südosten Deutschlands, legt sich dann allerdings an die Alpen und es folgt so im Norden und Osten Deutschlands noch mal so ein kleiner Trog hinterher mit Höhenkaltluft. Das heißt, hier wird es noch einzelne Schauer geben. Das bedeutet eben, dass heute Nachmittag sich die Kaltfront an die Alpen legt, wo es eben doch noch viele Wolken gibt, die Niederschläge lassen aber auch hier peu a peu nach. Und es bilden sich noch mal neue Schauer, so vor allem im norddeutschen Tiefland bis in den Osten. Örtlich sind auch noch mal kurze Gewitter dabei. Und hier wird es auch sehr windig mit dem Schauerwetter. Durchaus mal in Schauern starke Böen um 50 Kilometer pro Stunde, die dabei sind. Sonst relativ freundlich, immer freundlicher. Auch die letzten Hochnebelfelder im Westen werden sich heute relativ schnell auflösen. Es wird dann relativ angenehm warm. Relativ sage ich jetzt schon wieder. Es wird angenehm warm werden. Am wärmsten wird es vor allem weiterhin im Süden Deutschlands bleiben. Ja, wie sieht es aus in der kommenden Nacht? Das Hochdruckgebiet setzt sich durch. Es wird verbreitet, auflockern. Häufig ist es sternenklar oder gering bewölkt. Auch die letzten Wolken nach Osten und Süden werden immer weniger werden. Ja, und es kühlt sich dann relativ gut ab. Verbreitet schläft der Wind ein, klarer Himmel. Es ist frischere Luft dann eingeflossen. Das heißt vor allem so auch in der norddeutschen Tiefebene mal einstellige Tiefstwerte, aber auch im Mittelgebirgsraum oder auch so in Alpentälern bzw. Mittelgebirgstälern. Ja, der Montag wird sich dann so gestalten, dass wir erstmal dann, ja, belohnt werden mit viel, viel Sonnenschein aus dieser klaren und kühlen Nacht. Und tagsüber jetzt klar um die Jahreszeit. Es ist jetzt im Grunde die Zeit, wo uns die wärmsten Luftmassen erreichen können. Da geht es mit der Sonne dann kräftig rauf bei den Temperaturen nach dem kühlen Morgen. Viel Sonnenschein, so in der Nordhälfte und im Osten ziehen mal ein paar lockere Schleierwolken durch. Es bilden sich nochmal ein paar kleine Quellwolken. Es bleibt verbreitet trocken und vor allem nach Süden und nach Westen gibt es wohl einen komplett sonnigen Tag. Die Temperaturen reichen dann schon bis um die 30 Grad im äußersten Südwesten. So vor allem am Oberrhein und ja auch vielleicht so schon knapp an der Saar. Und dann geht es eben, ja, ein bisschen weiter mit den Temperaturen runter, je weiter man nach Nordosten kommt. Und so an den Küsten liegen die Temperaturen um die 20 Grad meistens. Auch der Dienstag gestaltet sich noch unter Hochdruckeinfluss richtig sommerlich. Die Luftmassen, die wärmeren, kommen schrittweise weiter nach Norden und Nordosten voran. Es wird allerdings eine Spanne erhalten bleiben. Das heißt, wir haben am Dienstag wohl einen verbreitet sonnigen Tag. Wie ich gestern schon sagte, so ein einzelnes Hitzegewitter über dem Südschwarzwald oder mal in den Alpen. Am ehesten wohl Südschwarzwald ist nicht ausgeschlossen. Aber ansonsten bleibt es verbreitet trocken und die Luftmassen werden immer wärmer. Das heißt, wir erreichen wohl durchaus im äußersten Südwesten, vor allem so am südlichen Oberrhein, wohl schon knapp bis an die 35 Grad, vielleicht auch so am Kaiserstuhl. Und dann wird die Spanne weiterhin reichen mit unter 20 Grad, teilweise noch an den Küsten, vor allem mit Seewind. Aber es wird einfach ein verbreitet richtig sonniger beziehungsweise gering bewölkter Sommertag werden. Es wird dann schon ab Mittwoch verzwickter werden. Und zwar allmählich wird dieses Hochdruckgebiet nach Osten wegwandern und wir kommen schon ein bisschen an die Vorderseite eines Tiefs von Westen her. Und deswegen will ich mal direkt die Gewitterenergie für den Mittwoch zeigen aus den verschiedenen Wettermodellen. Und was wir wohl festhalten können, von Frankreich her schiebt sich schwülere und labilere Luft rein, was wir hier an diesen Cape-Werten sehen. Vor allem so von den Alpen bis über den großen Südwesten Deutschlands, insbesondere dann Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland, vielleicht sogar schon so ein bisschen bis Hessen und NRW rein. Das ist die große Frage. Wie weit kommt schon diese explosive Luftmasse und wo es dann doch sehr, sehr drückend wird, sehr, sehr schwül, wie weit kommt die schon ins Land voran? So beurteilen die Wettermodelle das ein bisschen unterschiedlich. Das europäische Wettermodell hat mal über den Bergen im Südwesten und Süden einzelne Wärme- bzw. Hitzegewitter tagsüber und hat dann abends, wie wir hier im signifikanten Wetter sehen, von Frankreich und Belgien doch stärkere Gewitter, die dann so den äußersten Westen erreichen können. Das heißt, hier würde dann eben doch mehr Bewegung, mehr Dynamik reinkommen, dass auch größere Gewittercluster durchaus möglich sind. Das amerikanische Wettermodell, wie so oft etwas forscher, da sieht man schon auf eine Linie NRW bis zum Abend vorankommt, vor allem nach Baden-Württemberg, dann doch größere Gewittercluster bzw. Gewittersignale im Modell, die hier aufkommen. Wahrscheinlich wird es so ein bisschen ein Mittelding werden. Ich könnte mir schon vorstellen, im Westen und Süden über den Bergen einzelne Wärme- und Hitzegewitter und das dann eben so Richtung Abend durchaus das Unwetterpotenzial im Westen ansteigt. Wir haben ansonsten eben noch, je weiter man nach Norden und Osten kommt, auch ein paar Wolken, Schleierwolken, die durchziehen, aber insgesamt noch sehr warmes bis heißes und freundliches, trockenes Sommerwetter, was wir haben mit den einzelnen Wärmegewittern dann am Mittwoch wohl im Süden vor allem, aber auch nach Südwesten, was hauptsächlich die Berge betrifft und eventuell dann ansteigende Unwettergefahr, größere Gewitterdinge, die so eher Richtung Abend dann oder Spätnachmittagabend im äußersten Westen oder Südwesten ankommen werden. Ja, die Temperaturen dann wahrscheinlich schwül heiß, vor allem nach Südwesten mit 33, 34 Grad, vielleicht sogar 35 Grad irgendwo. Ja, und deutlich angenehmer und vor allem auch trockener ist die Luft, die weiter man nach Nordosten kommt. Dann der Donnerstag, man ahnt es schon, natürlich wird es auch da verzwickt werden, weil im Grunde ja der Mittwoch schon so ein bisschen die Entscheidung ist, wie schnell kommt das Gewitter tief rein. Wenn wir uns mal die Höhenwetterkarte so aus zwei verschiedenen Wettermodellen anschauen, sehen wir schon klar jetzt so nach dem US-Wettermodell und nach dem ECMWF, zum einen, dass der Keil zwar kippt, dieser Hochdruckkeil, und wir gelangen eher so ein bisschen in eine zonalere Wetterlage. Das heißt so ein bisschen, ja, schon eine südwestliche bis ein bisschen westliche Strömung. Und wie uns da genau die Tröge, die Randtiefs überqueren, das ist doch ziemlich unsicher, beziehungsweise wird unterschiedlich gesehen. Man kann allerdings festhalten, dass uns wohl insgesamt unbeständigeres Wetter peu à peu dann vor allem ab Donnerstag erreichen wird. Und wenn wir dann mal weiterschauen, sind die Wettermodelle für den Folgesamstag dann, also jetzt gestern in einer Woche, sind die Wettermodelle doch relativ einheitlich, dass wir auch weiterhin eher in einer Südwestwetterlage, sprich in einer südwestlichen Höhenströmung liegen, an der Vorderseite eines kräftigen Atlantiktiefs. Das heißt auf dem Atlantik das starke Tiefdruckgebiet. Ja, und das würde bedeuten, dass es insgesamt nicht mehr so heiß ist, aber eher schwülwarm und immer wieder auch mal Schauergewitter ein Thema werden. Also das heißt eher unbeständiges, aber auch kein richtig kühles Wetter. Es wäre weiterhin eher schwülwarm mit auch relativ milden Nächten. So zeigt uns der Trend, wenn ich mal ganz vorsichtig schaue, ich habe doch länger überlegt, mache ich schon mal aufgrund der Unsicherheiten die Karten. Das zeigen uns eigentlich die Wettermodelle, dass es insgesamt vom groben Trend her eher unbeständiges Wetter gibt. Immer mal wieder Schauer und Gewitter, aber mit Sicherheit auch freundliche und trockene Phasen dazwischen. Und dass wir immerhin die Luftmasse gibt, weiterhin immer wieder 25 Grad und mehr her. Allerdings die Einschränkung kann sein, wenn es natürlich mal doch stärker bewölkt ist, die Sonne nicht so richtig durchkommt, es mal häufiger Schauer und Gewittert, dann kann es natürlich auch irgendwo mal unter 25 Grad bleiben. Ansonsten es ist keine kühle Luftmasse, keine richtig kühle Luft, die sich da andeutet. Erstmal wohl so bis zum Wochenende. Ja und natürlich habe ich auch noch mal ein paar Trendkarten mitgebracht. Wenn wir uns da mal das Mittel aus dem europäischen und aus dem amerikanischen Wettermodell anschauen, zeigen uns beide eigentlich so mittelfristig bis in den August hinein, 5. bis 10. August, ein relativ einheitliches Bild. Es zeichnet sich weiterhin relativ klar ein kräftiges Tiefdruckgebiet auf dem Nordatlantik ab, so Richtung Island, britische Inseln. Ja und wir würden eben eher an der Vorderseite dieses Tiefs liegen. Das heißt insgesamt wären das relativ warme Luftmassen mit dem Potenzial auch immer mal wieder für Heißluft, insbesondere im Süden und Osten bzw. in der Südosthälfte, während man im Westen und Nordwesten natürlich näher an diesem Tief liegt und es hier vielleicht nicht ganz so warm oder heiß wird. Und man darf sich diese Situation, das ist ja ein Mittel für 5 Tage, auch nicht statisch vorstellen. Das heißt insgesamt wäre es von der Wetterlage wechselhaft geprägt, dass immer mal wieder wärmere Luftmassen, heiße Luftmassen, dann aber eben auch mal wieder etwas kühlere vom Atlantik kommen und dass es eben eher unbeständig wäre. Am ehesten dürfte es stabiler bleiben mit der Nähe zum Hoch, noch vor allem so nach Süden und nach Osten hin zwischenzeitlich. Das zeigen uns eigentlich ganz klar die beiden Trendkarten und ich will dazu mal zeigen, was das ECMWF jetzt in seiner Glaskugel hinten raus mal heute im Hauptlauf berechnet. Das wäre eben die Wetterlage, dass das Tief doch relativ weit westlich wäre und sich auch mal eingraben würde, weiter nach Süden. Und das würde eben auch bedeuten, dass wir dann in eine markantere Vorderseite kommen und uns schnell auch wieder heiße Luftmassen aus Süden erreichen können. Die große Frage ist natürlich, wie weit bleibt das Tiefdruckgebiet auf dem Atlantik oder schwenkt es doch mal nach Skandinavien durch und bringt uns eben auch mal etwas kühlere Luftmassen vom Atlantik. Also man sieht schon, so richtig stabil wird die Wetterlage wohl nicht werden. Eher unbeständig, eher Südwestwetterlagen geprägt. Das wäre eben auch insgesamt immer wieder warm, auch mit dem Potenzial, dass uns zwischenzeitlich mal heiße Luftmassen erreichen. Aber Gewitterlagen, das wird wohl wahrscheinlich auch weiterhin ein Thema bleiben. Also kein beständiges Hoch, was sich jetzt über Mitteleuropa legt. Das soll es für heute auch erstmal gewesen sein. Allen einen schönen Sonntag. Bis dann und ciao.